Unüblicher Stand dieser Reiterstand, erster Reiterstand, also nicht komplett auseinander und richtig tief muss nicht sein. Auch entspannen. Die entspannteste Position für den Körper finden, frei atmen, also ich löse das von unten nach oben jetzt und dann die Handgelenke auf die Hüften, alles locker, sind die sanften seidigen, das heißt hier keine Spannung aufbauen, Schulter ist locker, Ellenbogen hängt, die Hand ist auch locker, die Hand ist auch locker, das Gegenteil von dem was man sonst sieht im Internet. Ein Blick zur Seite und während des Entspannens der Hand einmal die Augen aufreißen, nach da. So weit es geht. Das ist ein Augenmuskeltraining. Immer wieder entspannen in der Mitte. Und zur anderen Seite. Merkwürdig mit Sonnenschein. Einzelne Tropfen und Sonnenschein. Und abschließen. Jetzt über die Fäuste blinzeln. Nummer sieben in unseren Acht. Und jetzt müssen wir irgendwann mal die ersten vier noch machen.